Aber lass, wir können Mitte, glaub ich. Weiß noch nicht, ob wir da... Neshoa! Ja, lass weiter Neshoa! Hallo und herzlich willkommen bei YouTube Trollstars! Heute, mit den gleichen Leuten wie immer eigentlich. Aber, aber... Head of Blood geht Toplane. Ich wollt's grad sagen, ist nicht alles wie immer. Und Avan Jungled. Oh ja. Wow, und ich hab einen awesome Timer grad am Start. Ich hab... Keine Ahnung, ich glaub ich nehm... Grad Curse Voice von Kimimoto bekommen. Awesome. Ich muss es gleich auch nochmal installieren. Jetzt fragen mich wahrscheinlich alle nach Kies. Ich hab keine mehr Leute! Ja, ich hab schon 5 von ihnen bekommen. Aber ich hab auch schon keine mehr. Okay, wie skill ich mit Jax und was und wo? Das reicht auch, wenn du gar nicht skillst. Kann man den... Oh, der fängt mit Schuhen an. Schuhe, Start, das ist so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Bin ich schnell auf der Lane. Ey, Kimi, du brauchst gar nicht lachen, Alter! Also, so ne Flest... Das wär schon gut gewesen. Max. Ja? Mach einfach W, Max. Dann Q und dann E. Ja, das... Du hast jetzt zweimal seinen Namen gesagt. Das hab ich nicht verstanden. Wolltest du seinen Namen jetzt nochmal sagen, oder... Meintest du, er soll das maximieren zuerst? Was? Ich hab das grad nicht verstanden. Mach erst M, dann A und dann X, Max. Genau. X, D. Alter, egal, du kannst endlich mal mit dem Flachwitz aufhören. Oh Gott! Oh! Oh, Dankeschön. Dankeschön. Okay, tut mir leid. Okay, ähm... Ja, ist aber... Okay, daran müssen wir arbeiten, dass das nicht passiert. Was machen wir dafür? Wir stehen zum Treffen im Gebüsch und gucken uns an und probieren uns auf einen Punkt zu stellen. Echt? 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 Oh Mann, das ist nicht cool, Leute! Das ist nicht cool. Ja, jetzt müsste ich hier mal... Los! Echt? Ja, er wollte es auf jeden Fall einen starken Pull. Kann da jemand rein schießen? Ja, das ist nicht mit so... Okay, komm. Ah ja, komm. Na ja, komm, mach's nicht. Da ist nix, da ist nix, aber geht trotzdem immer vor. Les, ich hab... Leute, ich hab Cursos umprogrammiert. Ich hab Cursos umprogrammiert, ich sehe alles in Gebüschen. Ah, okay Nee, nee Ja, aber mit Schuhen Kann der Arise mich nicht catchen Ja Doch Okay, warum sind denn meine Autotext Letztens immer verbuggt Wenigstens sind das jetzt wenigstens so Leck Warum macht denn der ja so nichts Der ja so ist irgendwie komisch, Leute Der hat sich erst da hingestellt und ist dann wieder weggegangen Alter, dann entscheiden sich die Minions um Ich glaube, es geht los Ja, sag mal Alter, ich bitte dich Das war stumpf Das war echt richtig stumpf, Alter Ah, Dorans wäre besser gewesen Warum sagt mir das keiner? Ich habe am Anfang gefragt Hat jemand geguckt, wie gut die sind? Oder was ist das überhaupt für ein Skin? Ach, Piraten-Dingens, ne? Weiß Piraten-Weiß Oder wie der heißt Der ist voll der Scheiß Oh Junge, lass mich in Ruhe, du hässlicher Pirat, ey Noll Toxic Was? Ja, ich bin heute richtig gut drauf Bin ich eigentlich ehrlich? Nicht Okay Er bräuchte dich so als Einziger Zack, oh, gerade kriege ich jeden Last-Hit Komm Der Jasu ist übrigens, ähm, Afka Der Jasu ist Afka? Ja, Leute, erstmal GG Easy in den All-Chat-Swim Erstmal ein bisschen Pongsa-Makro So, so Oh, du bist ja verloren Oh, wie er mich Ja, ich schluck jetzt Pots ohnehin, das passt schon Kann sein, dass er da gewordet hat Ja, anscheinend Ja, hat er Der würde niemals so weit, ja Ha! Ne, der hat er nicht gewordet Doch, hat er Habt er, checkt Echt nicht? Im, im Also hat er nicht Shry-Bush? Nein, Shry-Bush hast du auf jeden Fall nicht Äh, mag sich W oder Q zuerst Aber vielleicht hat er Elokasus unklungen mit dem Curse-Voice C, kacke Ich hab' ich noch gar nicht, ey W und dann Q Ja Was hat der eigentlich mit Ah! Auf jeden Fall hat er keine Ahnung Okay Na ja, so ist wie er da Hat er eingeschrieben Ja, wenn du unsere Botlane, wa? Also noch ist ja Noch Jetzt Wordet er anscheinend wieder Ja, weiß hat gewordet Der Wordet immer hier, glaub ich In der Mitte vom Naja, nicht in der Mitte, sondern am Ecke Wow Vom Fluss Also die Länge vom Organa-San Die unterschätze ich jedes Mal Also Überraschung Da bin ich wieder Alter Junge Wenn ich Pum war, ich hau den weg, ey Lass mich auf sie los Versaute mir mit seinem blöden Gage auch noch die Last Hits unterm Tower, ey Naja Das ist kein Mana mehr, geh nach Hause Naja Schon wieder hier viel zu sozial den DC ja so farmen lassen Also wenn du jetzt drängst über die Lange Ja, ich komm Über die Lange, okay Oh Äh Börsen wir wo Ne Auf Rise, Rise, Rise Ne, wir gehen Lass mich, lass mich back gehen Ja Okay Verdammt Oh Mann Wir hätten Oh ne Ne, wir hätten nichts machen können Ne Scheiße Das war einfach scheiße Ja, wir hätten versuchen können Den Rise noch zu bürsten Vorher schnell Aber weißt du Man hat ja auch nicht dann gleich so Oh mein Gott Was machen wir jetzt Ne, ne Ich glaube, wenn wir auf Rise gegangen wären Die hätten dich getötet Und dann machen wir Ja Was kaufen wir denn jetzt Ey, was kaufen wir denn jetzt zuerst Ninja Wie viel Geld hast du denn 1100 Was kaufe ich denn Dann geh halt auf Vampirisches Und geh dann auf Bildsport Oder dann Trinity Was weiß ich Wer bist du denn, Jax Äh Wir haben es müssen gehalten Na, würde ich auf jeden Fall Bladethorn King Gut Bladethorn King, Trinity Randoins Merk, Bladethorn, ich bin fast bei denen Fallen Randoins gegen Rise Das ist gut, habe ich gehört Lässt du ihn jetzt ernster fahren? Er gibt ihn mir Natürlich Ach ja, immer so Diamond 1 Also ich bin mir ziemlich sicher Dass der Lucian gleich mit dem BF-Sort wiederkommt Ich auch Die sind wieder im Arsch Also dann Ne Jo, da ist es Also ein Bot-Gank wäre Powered glaube ich Ja, also diese Range Also ich bitte dich doch Also das Ding hat eigentlich schon längst die Flugkurve abgebrochen Ja, jetzt habe ich ein bisschen Probleme Aber das kippt hier noch auf der Top-Lane Das kippt noch Ja, ich bin echt jetzt krass behind Hallo Ah, ja, ich kann sofort Okay Ich habe gerade kein Ehe ab Boah, nervt ja man Danke Ach du, genau Jo Wie ist der da Hingekommen What the fuck Ich, wir, wir fahren hier die ganze Zeit mit auf der Lane Auf einmal startet er in Wukong Ja, der kann jetzt einfach wieder durch die Büsche Also so, dass du das nicht siehst Ja, aber Ja, ich weiß Aber da muss er echt Übelst lange immer gewahrt haben Das Kugel da und abgeklungen ist Im nächsten Busch What the fuck Er kann doch einfach an mich ran, unsichtbar Naja, das ist der YouTuber-Fokus Ich brauche Magie-Resistenz, ey Ach shit Vor allem, warum, warum gankt er denn? Na egal Jetzt Snow wollen sie halt Die Top-Lane Muss in der Mitte Wenn wir das Game Also ich hab die Lane verloren Jetzt können wir top Also ich Jetzt am Start Ja Da ist noch Ja, der geht jetzt wahrscheinlich Ja, okay, go Ach shit, hat mich gerecht Ja, geflagged Ich hole, ich hole, ich hole Oh, nee Jetzt hole ich nicht mehr Ein Ulti noch Oh, Alter, wie knapp sie nicht wegkommt Dicker Bei Ulti wäre du schon eh vorgegangen, also Boah, meine Fresse Ich hab Heal in 10 Sekunden wieder Oh ja, geh um den Dicken rum, ey Wo kommen wir hinter euch Wo kommen wir Wo kommen wir Oh, nee Oh, nee Ey, mach mal Meta Serious hier Ich will jetzt ganken Kein Rumgekasper mehr Du könnt helfen Was? War toll Bier Ey, wir sind übrigens in einer Promo Fällt mir gerade ein, ne? Ja gut, dass wir fair spielen, ne? Bestimmt Das ist natürlich Ne, aber wirklich Hätte ich das Ich hab das einfach nur gemacht Weil Hätte ich den aus Mauer gegeben Hätte der Wukong sowas von Mittel gekämpft Dass ich dann irgendwie 05 gestanden hätte So hab ich einfach nur mehr Farben Outscaling im Late Game Du wolltest also sagen, du bist eigentlich gar kein Fairer-Spieler Genau Das wollte ich nur verdeutlichen, damit die Leute nichts Falsches von mir denken Das kann man in der Loll-Community schon mal falsch verstehen Leute, ich bin nicht wirklich fair Das kommt nur so rüber Mach mal Drake Aber jetzt machen die ernst Das ist jetzt Ey Top-Lane ist ja Also ey Jo spielt ihr euer Spiel Ich spiele meins Irgendwann vielleicht Irgendwann Äh, nicht, 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 nicht eskalieren Nicht eskalieren, nicht eskalieren Nicht eskalieren, aber komm mal zum Drake hier bitte Komm mal Das könnte eskalieren, ne? Ja, ich bin, hau viel Damage Oh, die können wir wegschnattern Die können wir wegschnattern Ja? Okay, go Oh, der wollte ich machen direkt Ah, verdammt Wow, really? Ja, so Wow Oh, lol Falsche Richtung geflasht Wie ist das denn passiert? Weiter, weiter, weiter Lass mich auf sie los Pfff Ah Hä, wie wie Ey, ist das grad wirklich passiert? Ja Wow Hä, sah eigentlich ganz gut aus, wo ihr ein Gate schirpt, oder? Ja, aber Wukong ist mit einem HP raus Ich hab mir die Freunde Richtung geflasht Ich hab mir die Freunde Richtung geflasht Oh Gott Ich hab mir gerade so hochgeland Oh je Egal, wir haben erst das Dead Game Nevermind Wie schlecht, oder? Oder ist das zu besser, oder ist das Comeback? Kappa Aber warum ist denn bei mir alles so verbuggt, ey? Oh Gott ey Rito, please Wieso, einfach so blaue Punkte überhaupt? Ja, das ist immer mal so... Jeden zweiten Tag. Schilde mich mal. Niemals. Der hier so jetzt grad zwei Kills... Er kloppt sich an der Minion dort. Tja, ja. Ich weiß gar nicht, warum ich ein Skin für Jax hab. Nee, ehrlich, also ich weiß nicht, wann ich mir den gekauft hab. Vielleicht hat mir irgendwer mal ein Mystery-Gift und da war der drin. Ich spiel halt auch nie den Typen... Also ich spiel ja nie LOL, ne? Nur für Aufnahmezweck. Hast du ne Morgana? Oh mein Gott, was macht die Bot denn als Support? Blue ist ab. Jo, ich push noch eben einen Wave raus. Der Ryze ist wieder miss, er war top, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Oh Gott. Danke. Äh, Yasuo, komm Bot. Lass mal ihr killen. Ja, komm, komm, komm. Wie gesagt, Ryze ist wieder miss. Kein Erb. Weiter, weiter, weiter. Das war stumpf. Lass mal bitte pushen. Also ihr nicht, Bot-Lane, sondern nur. Elm und ich. Äh... Das hat mir was... Nee. Das ist grad nicht gut. Oh ja, ist okay, Mann. Er hat Dult gemacht in dem Moment, wo ich geflasht hab. Nein. Und der hat nen Redbuff. Nein! Oh mein Gott, ich wollte grad jumpen. Auf'm Ward jumpen und da caged er mich. Scheiße. Ja, mir ist aufgefallen, hm, was könnte ich machen? Boah, guck mal, was geht bei der hier? Boah. Ey, ich bin aufgefallen, dass ich noch ein Wort hab. Scheiße. Aaaaah, ma... Nein! Ma... Nein! Hey, du Kasa, du musst uns treffen. Komm, hier, hier, hier! Geht bei dem, ey! Und der ist tot. Oh, ich bin tot. Keine Ahnung, ich bin tot, ja. Nein, ich bin nicht tot, wow. Boah, noch ein Heal, ey. Awesome. Awesome place! Der Wookum war jetzt schon dreimal top, obwohl die Lane eigentlich gewonnen war. Ja, ja, so Bot, ja, so Bot, ja, so Bot, ja, so Bot. Ich glaub, ja, so ist Bot. Ey. Okay. Okay. Gefealed? Ah, 2-0-3, oh mein Gott. Oh, ja, okay. Mein Wunder, dass ich es nicht füllen konnte. Oh Gott. Okay. Ich glaub, wir kriegen die Runde auf den Sack. Aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nicht, dass du noch rausfällst. Ich werd angeschrieben in Facebook. Nur wegen Fairplay Hingado. Ja, es war so. Flamen. Komm, jetzt müssen wir den Flamen, um das zu rechtfertigen. Aber wir haben das länger nicht verloren, oder? Also ich mein, wir haben noch nicht so ultra viele Matches gemacht, aber von denen, die wir gemacht haben. Hier. Ich mach mal Red Buff, ne? Haben wir überhaupt schon eins verloren gehabt? Ja. Ja. Also ohne dich, ne? War das ein Kompliment? Ach. Was ist das? Ich kann es nicht richtig deuten. Maxi, komm da alle. Ja, ich hab's halt in dem Moment gesehen, wo... Oh, das war der Masterbait. Oh Gott! Der Masterbaiter. Ich bin halt in dem Moment reingesprungen, wo die erschienen sind. Ey, das ist immer so getadet. Boop! Boop! Bist du gestorben, Max? Nee, nein. Hat dich Hiel gerettet oder war das unerhöhlich? Ich glaub, Hiel hat mich gerettet. Ich weiß nicht. Aber es wäre auf jeden Fall ultraknapp geworden. Also, vielen Dank. Ey, mal mal da oben irgendwann probieren. Boop, Alter. Ja. Hat ja schon Archangel und Rod. Ja, jetzt müsst ihr euch. Sicher, dass ihr denn... Ich glaub, der Flutter hat einfach Elokasa weg. Nein. Oder beide. Okay, stell. Und ich guck wieder zu, ey. Ey, das ist doch behindert. Komm, komm, komm. Ich kann hier reinflaschen. Ja. War nix. Loll. Klar, ey. Geht doch. Ah, hast du. Oh. Tschüss. Ja, der ist ja eh nicht mehr. Der ist schon längst hier rumgerannt. Vielleicht hörst du ihn auch so rumlaufen sollen. Loll. No, Sneaky. Nein. Oh. Da musst du... Kannst du Fleer aktivieren. Ja, ja. Ich hab's heute im Sprung aktiviert. Ich war... Oh, Ryze kommt von der Top Lane. Da kommt Ryze. Sollen wir Ryze snacken? Nein. Nee, lass mal. Wir können Werker entschicken. Oh. Drake ist ab. Drake. Jo, ich komm mal. Brauch noch ein bisschen. Ich hab auch wieder Ultrap. Also, Benno, helf mal direkt das. Jo. Jo. Busch weiter. Ja, ich war doch bloß. Pass auf gleiche Morgana-Cue, ne? Ja. Na, egal. Besten stellt ihr euch davor, dass ihr ihn stieg. War engagen. Der Morgana ist dann, Alter. Ja, bist du sicher? Ja. Jo, der ist super blöde. Häh? Okay, reicht. Reicht, denke ich. Aber das... Wir können Mitte, glaube ich. Weiß noch nicht. Ja, aber... Nee, nee. Kriegen wir noch keinen Fall. Ja, lass weiter, Nesho. Okay. Ja, lass weiter, Nesho. Ich bin zumal toll. Lass mal hier campen oder so. Nesho, okay. Alle, alle, rennen los. Ey, Leute, ich geh Botte. Beide mal. Oder? Oh, das hätte so geklappt. Uld, 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 Uld. Upp. Upp. Nein, hier. Hier? Ja, hier. Warum ist keiner Botte? Weiß nicht. Ich dachte, wir gehen Nesho, oder? Ich dachte, wir gehen Nesho, oder? Ist doch zu retard. Oh, der hat sich als Retal beladigt. Wenn du schlackst, zurück. Toxic. Ah. Was ist das für ein Gepimmel hier? Wat? Die? Sie hat nie. Ich komme auch jetzt. Wo ich das höre. Die gönnen sich gerade bestimmt mal Blue. Also Yasuo. Der meiste Reimer. War das ein Reimer? Blue, Yasuo. Ich bin so underground. Du bist so erfolgreich. Der ist noch da. Ja, danke. So. Kann ich schon? Kann ich schon? Ja, kann ich schon. Warte, ich kann gerade nicht zum Blue abkommen. Okay. Eine Wave vom Gegner. Okay, jetzt komme ich. Your turret has been destroyed. Okay, jetzt komme ich. No. Sorry. Auf kam. Er ist immer wieder super. Also Benno lacht, weil er bei Benno hat sich das durchgezogen. Na, Benno. Irgendwie hat der Lucien ein bisschen mehr Farmer als ich. Outed. Ich will auch. Ich will auch. Also hier Top sind zwei. Oh, nice. Was? Ich komme auch noch Top. Ich komme jetzt Hilfe bei Top. Bot, 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 Tower. Ja, ich komme Top. Warte, noch nicht sterben, noch nicht sterben, Max. Noch nicht sterben, Max. Ja. Okay, kannst du langsam rein jetzt. Okay, ich komme jetzt mit Ulti. Geh rein. Langsam rein. Ich schreibe dich. Ja, okay. Komm, wir machen noch einen Tower. Warte, chasen, 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 damit ich nicht weggehen. Was sagst du so leicht ohne Minions? Da, die holen wir uns. Meinst du? Weiß nicht, einfach mal ausprobieren. Guck mal, den Rapper haben wir uns wenigstens geholt. Wir müssen einfach nur so tun, als wir misstrogen. Also, als wären wir stark und gut. Genau. Dann denken die sich, oh, what the fuck. Leute, können die was, können die was. Abhauen, abhauen. Ich weiß nicht, lass lieber weg. Reins für den Kamm. Hallo. Hi, na, wie geht's? Gut, gut. Und dir? Am Late Game sind wir aber viel stärker. U-Deer, Jax, das ist ja... Ja, okay, ja, die haben aber... All right. U-Deers, wir geben jetzt nicht so. Ja, Teamfight. In der Rombo-Combo ist das schon von denen geregelt. Also, Korgan, Yasuo ist das nicht so geschmeidig für uns. Komm, komm, komm. Bot, 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 bot. Fighten, fighten, fighten. Feind. Braucht noch ein bisschen, aber kommen wir. Du hast schon Tenacity, Alter. Du bist immer noch so lang, CC. Moogana, cool. Drei Sekunden für den Arsch. Ähm, du solltest da aufpassen. Achso, du wolltest, ne? Ich höre, du machst jetzt Geist. Ja, wollte ich auch. Was? Du warst leider nicht da. Ja, das hat passiert dann irgendwie. Ich komm auch, ich komm auch. Ja, okay, er rennt einfach weg. Er ist einfach um dir. Ich komm auch, ich komm auch, ich komm auch. Wir können gegen-engagen, oder? Boah, nice. Ich kann nichts machen, Sottl. Hey, Leute, ihr seid doch jetzt auf. Es ist tight, bro. Boah, nice. Hab ihn, hab ihn. Plan. Woohoo. Yeah. Okay, Baron. Baron, Baron, Baron. Baron. Diesmal aber wirklich, diesmal aber wirklich. Los, durch die. Es sind keine Fallen, sondern es sind die richtigen. Drei Leute tot. Ernsthaft? Und Elm sprintet ja wie Icebox Gump. Los. Okay, ich mein schon mal. Ich schmeiß schon mal die Heal-Pots ein. Ich mach ein bisschen Distraction lieber. Du musst gleich Ulti machen. Dodge. Yo, Elm sollte schon mal Jain speeden. Nein, nein. Der braucht einen Smite. Wir brauchen keinen Smite. Droppt keinen Smite, der braucht nur keine Gegnerin. Ey, der Rice ist hier, der macht gleich den Pend. Okay, okay. Irgendwer muss... Okay, auf ihn. Der Baron, der Baron, der Baron. Okay. Okay, den Rice kriegt ja auch noch. Ich bin tot. Okay, Yasuo, Yasuo, Ali, Yasuo. Yo. Easy. Easy go. Easy. Okay, ich bin raus. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ja, okay, das ist ein bisschen deep da. Oh, fuck. Was? Das war Urf. Das war Urf. Die kluschen alle Kills. 6-1. Mal junglen. Yo, die pushen jetzt nicht. Erstmal junglen. Ey, wir brauchen einfach nur noch ein paar mehr Tower. Ja, du hättest halt wirklich... Wir haben halt ein bisschen viel schon eingetreten. Lass den Tower weg, lass den Tower weg. Einfach der Beste hat dürfen. Mal rekt ihr da noch. Kannst du einen Coup machen. Jetzt könnt ihr vielleicht baiten mit eurer Ulti. Okay, das fighten jetzt. Fighten jetzt? Ja. Aber da kommen jetzt noch Ryze. Da kommen jetzt noch Ryze. Hennu, ich hab mir Decks wieder so irgendwie. Ich bin kurz weg. Was ist da los? Ich bin kurz weg. Äh. Yes. Äh, Dragon ist ab übrigens also. Mhm. Also, ich hab noch Flair und Buff. Ich bin ja nicht gestorben. Echt auch nicht. Oh, die wollen auch. Double Ward OP. Double Ward. Ich eile. Ja, aber gleich. Weg, 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 weg. Lass die fighten. Ja, fighten, aber nicht auf dem Weg. Ich bin noch nicht da. Ich bin noch nicht da. Jawohl. Ja, Jasu. Ja, die gehen alle auf mich. Oh Gott. Fighten, 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 fighten. Dad, guck mal, der ist so long. Oh, meine Flester. Die ist so long. Die ist so long. Fast auf dem, bist du da grad gejumpt, Max. Nice. All right. Genau das, Wolf. Nee, du hast, glaub ich, den Yasuo gekillt mit deinem Jump. Echt? Du bist auf den Yasuo gejumpt. War das echt? Jetzt läuft der Dragon. Nein. Das ist so ein Tower-Mann. Das ist so ein Tower-Mann. Nein, das ist so ein Tower-Mann. Hey, ich hab den. Nein. Ich glaub schon. Nein, doch. Ich hab den. Der Yasuo war noch voll früh tot. Der Wupo. Du hast den da, glaub ich, gekillt. Den Yasuo hab ich da gekillt. Da liegt seine Leiche. Ja, stimmt. Ja, okay, jetzt machen wir's. Ich wollt's halt dramatisch machen, ja. Aber du willst halt nicht, dass ich dich da gut darstelle. Wieso? Ich hab ihn noch gekillt. Max, hast du da gut gemacht, ne? Nein, das war ich nicht. Wieso? Ich bin einfach auf Rice gesprungen. Ihr Troller-Lois. Gut, wir sollten jetzt wirklich irgendwie... Lass mal Top groupen, weil Bot haben wir zwei Tower weg, Mitte ist eine weg. Top müssen wir ein paar kriegen. Weil die Säcke wollen dann bestimmt wieder vor Split-Bush gehen. Okay, lass Top gehen, alle. Ich hab mir deren Red geholt, ich bin so ein Böse. Boah, ich tap einfach raus. Das war erfolgreich. Plus, oder Top? Ja. Und Rapper für Kimi. Ja, ja, ja. Ich krieg'n Red-Buff? Ahaha. Nicht so, look hier. Hier, du musst da weg, glaub ich, AIM. Ja. Ja, ja. Lass mich auf die los. Ach, passt schon. Kein Ohrenbrum. Ich hab'n Warnen. Okay, jetzt müssen wir schnell durchbruschen, bevor die da abgehen, in der Mitte. Ja, aber die haben halt... Ja, guck mal, einer da in der Mitte, dass die nicht durchrushen. Ja, ich bin ja noch mal... Ja, guck mal, einer in der Mitte. Hallo? Leute, hier, Morgana. Go! Ja, go, Morgana. Ah! Da sind drei. Oh, da sind drei. Ihr seid aufzusetzen. Ich bin auch gleich dabei. Ey, ich legge... Ich legge auch. Ich hab auch den übelsten Leg, Alter. Was ist hier los? Ich legge auch... Mir ist grad schon beim Fighten aufgefallen, ey. Geht's jetzt nicht? Der Yasuo, ey! Boah! Wie das legge? Jetzt legge ich auf. Leute, Alter, was ist hier los? Ja, perfekt! Was? Der hat mit dem Leg die Wall gestellt! Er hat mit dem Leg die Wall gestellt gegen... Gebt ihm! Was ist das denn? Das macht total keinen Sinn, ich sehe euch bewegen, aber mich nicht! Ich kann jetzt wieder mich bewegen, aber das ist alles... Wir haben zwei Kills, alles cool. Das ist total sinnlos. Ich kann mich nicht bewegen, aber ihr habt euch bewegt. Also in meinem Video sogar. Also ich fand's faszinierend, wie der Yasuo bei diesen übelsten Legs die Ulti von Catelyn geblockt hat, Alter. Ey, was haben die denn mit BM? Wir legen halt auch. Was denn mit denen? Also jetzt hab ich ein richtigen Attempting to Reconnect da stehen. Kann ich bewegen. Ich push durch, Leute. Oh, da Mitte ist auch okay, weil die eh alle AFK sind. Ich push durch. Leute, das... Oh, Attempting to Reconnect. Da bin ich. Leute, ich dachte... Ich push halt wirklich durch. Läuft bei mir. Ja, da geht's gar nichts mehr. Damn. Exeggutet. Für mich steht alles. Leute, Riot ist auf unserer Seite, weil ich vorhin fair gespielt hab. Deswegen ist Rito auf unserer Seite. What the fuck, dieser Leg. Auf einmal bin ich bei uns in der Base. Ja, ja, ja. Ich port mal lieber jetzt Back. Ja. Gut. Ja. Oh, ich stehe auf einmal in der Base. Also jeder, jeder, der von euch jetzt AFK ist, kriegt garantiert ein Report reingerückt nach dem Game. Das interessiert mich auch nicht die Ausreden. Ich lief dann einmal das Game. Und starte den Kleid einmal ganz neu. Ich mach das, Leute. Reconnectet ihr? Ich mach das. An alle Zuschauer, schaut bitte bei mir weiter zu. Alles erste Sahne hier bei mir. Sehr leck, ey. Ja, bei mir ist doch ein bisschen Black Screen jetzt gerade. Ja, also so richtig... Magst du das mal top gehen? Warte mal, ich... Also mein Ping ist halt durchgehen, so über... Also ich hatte das eben schon. Da wollte ich noch ein Game starten, bevor wir aufnehmen. Und dann sind im Loading Screen alle rausgeflogen. Das Game war vorbei. Wieder. Zeit da zurück. Echt? Alter, Trollpick. Game ist vorbei. Geil. What? Ich war einfach wieder in der Base. Ja, war bei mir auch. Ich war von Top-Land plötzlich Base. Alter, dieser Leck. Ich kann nicht mal beim Reconnecten. Wir pushen durch. Wir pushen die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Hey, Max und ich. Das geht ab. Kingado geht ab. Der Tower bleibt nicht. Einer muss broadband treffen. Seid ihr da? Ne. Ich kann mich jetzt... Max? Nein, bei mir... Nein, ich lege langsam auf. Rückzug. Rückzug. Gegner sind wieder da, aber wir nicht. Ich hab Black Screen. Echt? Was ist denn mit dem Aufladen? Immer wenn du nicht nutzt, ist es einfach immer wie sie oder alle. Der Wukong leckt auf wieder wie Sau. Noch ist alles... Was haben die denn für Probleme? Wir haben halt auch Hyping. Als wenn nur deren Team... Als ob irgendwie jetzt die Server wegen ihrem Teamnamen irgendwie einen Leckangriff auf sich starten. Ich seh den Loading Screen. Alter, das ist ein Fortritt. Ja, also ich seh Barron. Also Barron ist jetzt wieder ab. Dropback. Max, ich will überhaupt den Krieg, ist aber ein Vorteil. Also, ich kann zwar nicht mitspielen, aber Dragon kommt in eine Minute 20. Ja, wenn du... Du machst jetzt einfach die Ansagen. Ja, 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 ja. Also, mehr als die beiden seh ich nicht, aber ist egal. Komm, 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 komm. Ey, der steht da gar nicht, der Lucien? Zack! Ich hab'n Kill, Leute. Jetzt bist du eher killt. Jetzt Rage da richtig. Fuck, jetzt hab' ich ein Standbild. So, Leute. Fuck. I'm back in the hood. Nein, jetzt ist bei mir die Verbindung. Bei mir auch. Alles gut, ich bin bei 93%. Lebe ich noch? Also, sobald ich da bin. Ja, du lebst noch, aber ich weiß nicht, ob ich lebe, weil die Tauern nicht so... Ich pushe jetzt. Ich pushe jetzt. Ich pushe jetzt. Elokaso, leb' ich noch. Oh, yeah. Yeah, wir leben noch. Ja, ich seh' einfach Elokaso da vorbeigehen. Oh, yeah. Ich kann selbst nicht laufen. Wir müssen unten in die Beschreibung solche Timestamps reinmachen, aber wenn man bei den anderen gucken muss. So, Leute. Bei mir läuft's. Minute 27. Leute, siehste, das ist der Dank, wenn du fair spielst. Wow, TS-Leg. What the fuck? Alter, TS-Leg, was ist denn los? Das ist wieder mal das affigste Spiel auf Erden, ey. Global Leg Attack. Was ist denn jetzt los, ey? Oh, es beruhigt sich, oder? Hallo, hallo? Passt euch. Hallo, ich bin Hand of Blood! Hand of Blood! Wie klingt das, wenn ich legge? Oh, es geht's. Guck mal, ich bin super intensiv. Paul, Elokaso. Paul, Elokaso. Ha, ha, ha. Elokaso, down. Oh, Toplane. Dicke Wave. Dicke, dicke Wave. Seid ihr noch da? Ja. Oh. Nice. Alter, es ist wieder normal, MTS. Oh, TS geht wieder. Was zum Teufel, Welt ist alles lahm. Nicht nur White, die Welt ist alles lahm. Die Welt, die Welt ist gerade zusammen. Was machen die Minions, Alter? Jemand hat das Internet ausgeschaltet. Ach, kennen wir mal hier die CD, ne? Hier ist der größte. Alter, World War Two, ey. Die Minions ballern hier gerade über 20 Kilometer sich in die Fresse. Ja, ein Kumpel schreibt mir gerade, dass die alle rausgeflogen sind, komplett aus dem Game. Nur ich spiele geschmeidig weiter. Ich werde gerade gegankt, aber ich kann nicht wegrennen. Ja, aber mir passiert nichts mehr. Steff die Top-Link. Ich hab sie los. Oh, ich bin wieder da. Yeah. Nice. Oh, es geht. Du musst das. Ich kann mich nicht bewegen. Benno ist raus. Also, am flüssigsten läuft die bei mir, Leute. Nice. Guckt euch mein Video an. Bei mir läuft es am flüssigsten. Headblock aus. Aim beendet. Aim beendet. Bei mir läuft. Kein Problem. Aim end an. Ich bin back in town. Also, Leute, jetzt wirklich. Was machst du? Gebäck? Ich bock jetzt anders weg. Oh, Rice is mad. Rice is mad. Komm, wir töten noch mal. Nice flash. Morgana ist ein bisschen mad. Da muss ich mal ein bisschen hier mein Makro benutzen. Lass Bane, lass Bane. Ah, doch, das funktioniert noch. Don't run out, ey. Ciao. Hey, Leute. Ich sag ja, die Caitlyn Dropbacks haben funktioniert. Danke, Benno, neu für die Dropbacks. Ja, wirklich. Ja, so. Er hat sich zwar ein bisschen aufs TS ausgewirkt, aber ich denke, hat sich dennoch gelohnt. War eine gute Aufnahme. Die Timestamps will ich vergessen, bitte. Ah, legt die Beschreibung rein, die Scheiße. Okay, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.